So, ihr müsst mich wissen, ich bin ein Ninja. Und deswegen kriegen die mich auch nicht. Und ein depressiver Ninja nennt sich ein Nin-Nein. Und ein unsicherer Ninja ist ein Nin-Vielleicht. Bin lustig. So, das ist ja wohl Position-Ninja. Das ist grenzwertig. Dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Auch hier hingehen, Alter! Nieder! GanCR sehen wir aus dem Zububff. alling! Ah! Achtung, okay. Das war noch die... ...sprecher geworden. Nein, nein, auf keinen Fall. Wir flashen alle darüber. Okay, das ist das Problem, ich habe keinen Flash. Wollen wir den hören? Nein, nein, nicht jetzt. Dann laufen wir doch einfach nur rum. Moment, Moment, Moment. Und go. Da, 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 da. Ein Flash. Oh. Lauf weg, 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 weg. Und mein Gas. Brandon? Ja? Rette uns, opfer dich. Opfer dich. Opfer dich, Brandon, los. Nee. Brandon, du musst dich opfern. Aber. Du musst dich opfern, Brandon, jetzt, wir sterben sonst. Das, ich schweige, du. Brandon. Brandon. Brandon, Drog ist in Gefahr, jetzt opfer dich, Brandon. Ja, alles klar, okay. Opfer dich, Brandon. Ja, ich komme mit rein. Wir, wir fighten die einfach. Okay, hier. Power dive, ich opfer mich so. Ja, wir fighten einfach, komm. Nice Flash. Okay. Hier, die haben wir auch noch. Echt? Nutz viel. Nice. Gut. Let's level up wegen dir. Okay. Alles. Okay. Weil, ähm, ich glaube, da muss man nicht noch vorbei laufen. Ja, du hast nen Kill. Ja, ich bin Level 3. Ich denke, das habe ich falsch gemacht. Ich bin da, Leute, ich bin da. Die sind zu viert. Die sind zu viert. Das macht nix. Ja, die sind alle vergleichbar. Drei von denen sind Level 3. Äh, 2. Ich glaube, wenn du es jetzt tut. Nein. Juckt. Sag das nicht. Oh oh. Ich hab gerade leider noch Kunde auch noch rein. Oh, ich hab noch, ich hab noch Kekse. Warte, lauf nach unten, lauf nach unten. Gehörte dich. Ne, lass. Lach hinaus. Ah. Ah. Okay, danke. Ja. Oh, den haben wir. Der ist gar nicht Level abgekommen. Du hast voll gelogen. Hilfe. Ich bin schon da. Und da. Kappa. Hallo, mach einen Autotech. Ich hab keine Mana mehr. Der will mich. Aber ist mir egal. Oh. No. Mana. Scheiße, ich hab keine Energie mehr. Oh fuck. Ja, Brandon. Oh nein. Du sucks. Keine Mana. Oh. Da ist doch noch einer. Ja, ne. Der geht hinterher. Oh. 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 Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh nein. Oh nein. Damn, damn. Immerhin nicht, Tito. Ne. Oh, da ist ein Camp. Da ist ein Timo. Hast du noch viel, Level 3? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh no. Das Problem. Oh. Ich geh da doch nicht hin. Zurück. Mission Abort. Darf er auf den Minion Sliden? Ja. Okay. Das würde ich nicht Intentional Farben nennen. Eher ein Mittel zum Zweck. Oh genau, jetzt habe ich keinen Mana mehr. Das kann ich. Ich bin in der Pretty Bad Spot right now. Ach nein. Ja, ich bin da. Versuch sie abzulenken. Hast du Flash? Ja. Ja. Oh Mundo. In den Blind. Ich habe noch cooldown. Scheiße. Da. Ah, ich habe keinen Mana mehr. Danke für das Exhaust. Das war gut. Der Backpull. Geht nicht. Ich. Ich hole mir noch kurz die, dann komme ich. Na, viel Glück. Da ist ein... Oh Loll. Oh Loll. Die Flash hat. Die Flash hat. Die Flash hat. Ich glaube, die traut sich gar nicht. Jetzt wird hier rüber gebrotet. Jetzt rauf! Da ist aber eine Amy, vor der habe ich Angst. Komm nur mit Freunden wieder. Ich stehe da an den Busch. Nein, nur Amy. Es ist böse zum Busch. Pass auf, das Tito nicht hier. Komm her. Komm her. Oh Loll, die haben Tito. Ja, das ist so... Da ist er! Oh mein Gott. Jungs, ich habe ein Problem. Nicht nur du. Oh, ich bin unterwegs. Mal, dem Tito. Pass auf, Tito ab. Nein, du hast den aus meinem Ball gewonnen. Das ist nicht... Nein! Unlucky. Ich konnte nirgends mehr hin. Sind schon mal ne doofe Idee. Du hast noch nicht eingekauft. Ja. Hey, warum kann ich nicht einkaufen? Hopp. Was soll denn das? Jetzt. Kannst du mir mal wieder mit zurücknehmen. Hopp. Ich dachte so ganz, hey warum geht denn das nicht? Ich stehe doch noch in der Beine. Die hatte gestern... Die hatte die Hühnchen gesmitet. Nein, bitte! Komm Rengler, bitte nicht! Bitte! Ja! Ja! Ich komme mit dir zu hoch. Das war's mit... Oh Gott, er flasht, Alter. Das ist mein Ernst. Er hätte mich da auch so bekommen. Nein, ja. Hä? Schau nach. Oh, scheiße! Komm schnell zurück mit mir. Wenn ich jetzt sterbe. Komm schnell zurück mit mir. Oh, danke. Wenn ich jetzt gestorben wäre, dann wäre Schluss gewesen. Also mit dem Game. Achso, okay. Das ist mein Mana. Ich würde dich ja heilen, aber... Das Mana. Das Mana ist weg. Hier. Alles klar, rein da. Oh, lol. Ich wollte da nicht durch. Doch, wolltest du. Ja, stimmt. Gibst du, du magst dich. Ja, Banane! Oh Gott. Zu viel. Achtung, Leute. Ah! Kein Mana! Oh, nein! Oh, was? Da hat er mich. Renger! Alles klar, da kommt der Renger. So. Also, das Mana hat eine gute Mastery. Finally. Letzte Runde. Ich mach das schon. Klar. Ich deichsel das. Der deichselt. Also, das war Auto-Hit. Er hat für mich Dings gewastet. Was ist Dings? Ignite. Oh, nein. Denja, komm her. Das hört mir mal. Ah! Schocko. Weißt du, er kriegt er Khazadin. Beim Level 2 Khazadin macht er einen Triple Kill. Was ist denn los mit dir? Denja, ich kann nicht leben. Das wird mein Quotra, please. Da ist unser Fokus, Leute. Da ist unser Fokus. Komm her! Und er ist tot. Oh, was? Nein, Hardivox. Sieh, Shaco-Box. Ich hätt ihn getötet. Oh, lord. Ich hatte ja mal dritten Q-Up. Da hätt ich nicht flashen müssen. Das war schon gut. Hier ist Fizz. Das schaffst du schon, Benno. Hier ist Fizz. Ein Bluen-Grain-Buff. Oh! Team! Team Team Team! Was machst du denn? Ich bin einsam. Ich bin in den Gebüsch gelaufen. Da war Shaco. Ja, du. Wie einfach ein Ding. Er ist gedutscht! Er ist gedutscht! Nein! Oh, ich hab eben gedacht, diese Forks. Und dann kriegt's hin. Ich bin einsam. Ich bin einsam.